Sebastian Langkamp ist ein deutscher Fußballspieler, der auf der Position des Abwehrspielers eingesetzt wird. Er steht seit der Saison 2013 14. beim Bundesligisten Hertha BSC unter Vertrag. Karriere Sebastian Langkamp spielte seit dem Jahr 2005 in der Jugend des FC Bayern München. In der Saison 2006-07 war er Kapitän der A-Junioren, ehe er zum Hamburger SV wechselte, wo er eine halbe Saison lang dem Profikader angehörte, allerdings nur in der Regionalliga zum Einsatz kam. Im Januar 2008 unterzeichnete Langkamp einen bis 30. Juni 2010 datierten Vertrag beim Karlsruher SC, bei welchem er jedoch zunächst vornehmlich in der zweiten Mannschaft in der Regionalliga Süd zum Einsatz kam. Am 1. März 2009 bestritt er bei der Heimpartie gegen den VfB Stuttgart sein erstes Bundesligaspiel und stand hierbei in der Startelf. Am 25. April 2009 schoss Langkamp im Auswärtsspiel bei Bayer 04 Leverkusen mit einem Befreiungsschlag aus 46,5 Metern sein erstes Bundesligator. Zur Saison 2011 Zwölftel wechselte Langkamp zum Bundesligisten FC Augsburg und gab sein Debüt am 14. August 2011 beim 1-zu-1 Unentschieden im Auswärtsspiel gegen den 1. FC Kaiserslautern, als er in der 78. Spielminute für Marcel Ndiyang eingewechselt wurde. Zur Saison 2013 Vierzehntel wechselt Langkamp zu Hertha BSC. Er unterschrieb beim Hauptstadtklub einen Vertrag mit Laufzeit bis zum 30. Juni 2016. Langkamp kam 2006 zu zwei Einsätzen in der U18-Nationalmannschaft. Am 11. August 2009 gab er sein Debüt in der U21-Nationalmannschaft. Trivia. Sein vier Jahre älterer Bruder Matthias Langkamp ist ebenfalls Fußballspieler gewesen. Erfolge. Deutscher A-Junioren-Wiesemeister 2006 und 2007 mit dem FC Bayern München.